Ale, 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 Ale Hallo zusammen. Super Anmoderation. Und der Flo ist auch da, aber der ist auch da, wenn der Erfolg nicht da ist. Servus. Jetzt hockt man da. Sieben Punkte geholt aus den letzten drei Spielen. Hätte man niemals geglaubt bei der letzten Podcast-Ausgabe. Ich glaube, da waren wir schon über vier oder fünf Punkte zufrieden. Und das Löwensspiel haben wir eigentlich schon fast erwartet zu gewinnen. Wird dann ein Punkt. Fühlt sich im Nachhinein eher wie ein Sieg an, weil es eben auch hätte verloren gehen können. Aber mein Hot Take in der Geschichte ist, wäre alles nicht passiert, wären wir nicht gegen Halle als Aufbaugegner gestoßen wären, weil die waren wirklich aus meiner Sicht die richtigen Gegner zur richtigen Zeit. Muss man auch mal Glück haben. Oder meint ihr, wir hätten den kleinen Lauf jetzt auch gegen, weiß ich nicht, Ulm geschafft vor drei Spieltagen? Kann keiner so richtig sagen im Nachhinein. Im Nachhinein war Halle der richtige Gegner zur richtigen Zeit, weil die sau schlecht waren an diesem Spieltag. Vielleicht hat auch einen Effekt gebracht, dass wir die Länderspielpause hatten. Hatten wir zwei Wochen nochmal, um sich zu sammeln, nochmal auf Vordermann zu kommen, psychologisch halt auch die richtigen Stellschrauben zu drehen, eine Kopfsreihe zu kriegen vielleicht. Weil ich glaube schon, die Wochen davor waren wir irgendwie psychologisch, es redet sich immer so leicht, aber ich glaube, Fußball ist natürlich schon viel Psychologie. Und da waren wir irgendwie blockiert nach den paar schlechten Spielen. Und wenn es dann wieder klappt, dann legt man halt auch so ein Spiel wie gegen Münster hin. Aber da werden wir, glaube ich, nachher nochmal drüber reden. Ja, aber das ist irgendwie Wahnsinn, oder? Dass so eineinhalb Wochen vielleicht auch drei Tage wahrscheinlich nur frei bei der Familie so viel neue Kraft freisetzt. Ich weiß es nicht, wenn ich drei Tage bei meiner Familie bin, brauche ich erst mal drei Tage Urlaub. Also mich wundert es immer, dass bei Fußballern das immer so Wunder wirkt, mal ein, zwei Tage frei. Bei mir hat es meistens immer einen gegenteiligen Effekt. Also ich bin da nicht besser in der Arbeit danach. Ja, das kann man wahrscheinlich gar nicht so verallgemeinern. Ich kann euch eigentlich nur zustimmen bei dem, was ihr gesagt habt. Ich glaube nicht, dass, wenn wir Halle nicht bekommen hätten zu diesem Zeitpunkt, du hast es auch schon angesprochen mit der Länderspielpause, wenn wir danach direkt auf Münster getroffen wären, gut, weiß man natürlich auch nicht, wie die aus der Länderspielpause gekommen wären. Glaube ich aber nicht, dass wir diese beiden Spiele so positiv bestritten hätten, wie wir sie jetzt bestritten haben. Alles im Konjunktiv. Ich weiß es nicht. Also anscheinend tun oder tut dann wirklich so drei, vier Tage bei der Familie wirklich mal gut, einfach aus diesem gewohnten Rhythmus rauszukommen. Geht ja vielleicht dem einen oder anderen auch so, der jetzt kein Profisportler ist. Ja, und dann wurde die Zeit offenbar wirklich gut genutzt und man hat an den richtigen Stellschrauben gedreht, wie man immer so schön sagt. Und ja, können wir voll zufrieden sein. Ja, jetzt ist eher für mich die Frage, waren es denn wirklich die richtigen Stellschrauben? Man hat zum Beispiel taktisch was verändert, man hat Sala wieder auf rechts gezogen. Schönfelder ist auf einmal seiner Verantwortung gerecht geworden, finde ich. Er wurde jetzt dann als linker Verteidiger eingesetzt, für den wir ihn zwar nicht geholt haben, aber für den wir ihn umbauen wollten vor seiner Verletzung, weil deswegen haben wir damals im Abstiegsjahr keinen neuen Linksverteidiger geholt, weil wir gesagt haben, wir bauen Schönfelder um. Jetzt ist er nach eineinhalb Jahren oder eineinhalb Vierteljahren endlich auf dieser Position gelandet und macht seine Sache aus meiner Sicht eigentlich auch ganz gut. Habe jetzt keine groben defensiven Stützer auf der linken Seite gesehen, wenn ich ehrlich bin, habe aber auch nicht so drauf geachtet, habe aber gemerkt, dass er offensiv Impulse bringt und habe mir auch schon im Testspiel besser gefallen, zwar noch nicht überragend, aber habe mir gedacht, ja, die Anlagen sind in Ordnung. Apropos Testspiel, ansonsten dachte ich mir halt, boah, da haben wir ja keinen einzigen Fehler abgestellt, aber es war natürlich auch erst am Donnerstag nach der Niederlage. Aber was vielleicht auch noch diese psychische Komponente ist, ich habe ja letztes Mal im Podcast gefordert, die sollen sich jetzt alle auch nochmal in dieser Länderspielpause, oder die sollen sich insgesamt im Klaren werden, ob sie quasi jetzt an alles zurückstellen für dieses Ziel oder nicht, ist die Frage, haben sie vielleicht auch genau diese Gedanken gehabt in ihrer Pause, haben sich vielleicht wirklich nochmal irgendwo zusammengehockt und haben diskutiert, wollen wir jetzt nochmal alles geben oder wollen wir nicht alles geben? Also ich meine, man braucht ja auch immer so eine Stimmung, wo sich durch die ganze Mannschaft zieht und jeder an dieses Ziel glaubt und auch ein paar Sachen unterordnet. Und es gab ja auch diese Situation in Lübeck, nee, ich meine, war es Lübeck doch, wo sie dann noch zu den Fans gegangen sind und offensichtlich wirklich eindringlich beschworen haben, dass sie jetzt nochmal alles geben. Also ich glaube, es ist eben eine Komponente aus vielen Sachen. Der richtige Gegner zur richtigen Zeit. Nochmal mental oder nochmal sich im Klaren sein, wir wollen aufsteigen. Wir haben das vielleicht auch sogar nochmal intern besprochen, ob wir da alle an einem Strang ziehen. Und ein kleiner Teil auch die taktische Umstellung, auch wenn ich sage, Salah könnte auf rechts trotzdem wieder besser werden. Nein, vielleicht hat das schon was gebracht. Also ich finde Conny Faber vielleicht sogar eine Reihe weiter vorne, wie er jetzt gespielt hat, fast noch wertvoller, weil es der Bene Saller natürlich auch sehr routiniert macht als Faber-Ersatz und Oskar Schönfelder eben auch eine sehr gute Vertretung ist. Ja, also diese Umstellungen könnten schon sein. Meine Umstellung, mein Hot-Take sozusagen wäre auch, Ziegel in die Innenverteidigung zu ziehen, bringt enorm viel Stabilität zurück, die vorher vielleicht nicht da war. Vorher hat ja Flo Ballas meistens gespielt, der nicht unbedingt immer so sicher wirkte im Frühling, finde ich. Ziegel, brutal überragend gespielt, kann man überhaupt keinen Vorwurf machen. Und ich finde, das ist auch so ein Punkt, den ich gerne betonen würde. Und ja. Alles gut. Ich glaube, da kommt noch ein ganz anderer Punkt hinein. Gerade in der Zeit, wo wir jetzt diese Negativ-Serie hatten, glaube ich, hat die Mannschaft auch gemerkt, die Mitkonkurrenten, da konnte sich auch keiner entscheidend absetzen. Es war keiner, klar, die haben ihre Spiele gewonnen oder unentschieden, sind natürlich näher rangekommen. Ulm stand jetzt, hat uns ja sogar überholt. Aber da war keiner dabei, der da irgendwie jetzt groß durchmarschiert ist. Okay, bis zu dem Zeitpunkt, außer Münster fällt mir da niemand ein. Und vielleicht war das auch wirklich so ein ungewolltes Signal von den Konkurrenten an die Mannschaft. So, hey, da ist auch keiner da, bei dem, der da jetzt durchmarschiert oder bei dem es da jetzt halt komplett läuft. Und das ist ganz normal. Und Mike, in der Hinrunde hatten wir diese phänomenale Serie. Jetzt hatten wir mal den Durchhänger. Bei den anderen Mannschaften war es wahrscheinlich umgekehrt. Gehört irgendwo dazu. Und so spiegelt es sich auch jetzt in der Tabelle wieder. Insofern ist einfach noch nichts verloren. Und ja, vielleicht hat das auch noch so einen kleinen, ja, so einen kleinen Schub mitgegeben. Kurz Werbeunterbrechung und wieder ein fettes Merci an unseren treuen Kooperationspartner, dem Rebest Fitness Club in Regensburg. Die machen euch nicht nur fit für den Sommer, sondern auch, bringen euch auch ins Jahnstadion. Eigentlich gibt es, wenn ihr über den Codewort 1889FM Jahn Podcast ein Abo abschließt, bekommt ihr eigentlich auch zwei Sitzplatztickets für ein Heimspiel. Aber ich sehe gerade auf der Webseite vom Jahn, sieht ganz knapp aus. Für Saarbrücken gibt es noch vereinzelte Tickets in N3. Also, vielleicht auch erst zwei Sitzplatztickets für die nächste Saison, hoffentlich dann in Liga 2, wenn ihr im Rebest Fitness Club ein Abo abschließt und den 1889FM Podcast erwerbt, erwähnt natürlich. Dann gibt es auch einen vergünstigsten Tarif und die, ja, mal schneidern euch einfach ein gutes Paket zusammen. Da braucht es euch nicht, keine Gedanken machen. Einfach per WhatsApp-Kontaktformular oder ganz klassisch per Telefon mal ein Probetermin oder einen Beratungstermin abschließen. Probetraining gibt es, da kann man natürlich auch vereinbaren. Also, ganz flexibel und dann gibt es zwei Sitzplatztickets oder ein Jahr ein Trikot mit Wunschflock. Wie ihr wollt, aber nicht vergessen, 1889FM zu erwähnen. Alle Infos in den Shownotes und jetzt geht es weiter in der Folge. Worauf wir uns wahrscheinlich auch einigen können ist, dass Gebhardt wieder ein verdammt wichtiger Rückhalt geworden ist. Zum Beispiel bei Preuß gegen Münster nach dem 1-0 haben die ja eine riesengroße Chance gehabt, wo er phänomenal reagiert und den noch über die Latte lenkt. Ich würde jetzt mal behaupten, unter Weidinger wäre der zu 80% reingegangen. Zumindest unter der Leistung, die Weidinger seine letzten Spiele hatte. Vielleicht der Weidinger, der immer mal kurz reinkommt, der hält ihn, aber der Weidinger, der schon fünf Spiele am Buckel hat, hält ihn nicht. Und gegen 60 hat er uns natürlich absolut im Spiel gehalten. Natürlich muss Lakenmacher die machen, aber wenn man sich es jetzt nochmal in der Zeitlupe anschaut, hat er schon versucht, so ein bisschen an ihm vorbeizuspielen, aber er hat seine Beine so Gogo Gazzetto-mäßig vier Meter ausgefahren. Also Wahnsinn, da musst du erst mal die Füße da auch wieder hinbringen. Einer hätte mindestens drin sein müssen da, weil, ja, er springt halt rein mit allem, was er hat und was ich gar nicht im Aftermatch-Talk gesagt habe, diese Aktion, wo er da 30 Meter aus seinem Tor rausläuft und gerade noch den Ball gewinnt, sonst wäre der Stürmer auch alleine auf ihn zu wieder. Also der hat uns da mindestens den Punkt gerettet oder überhaupt noch die Möglichkeit zu haben, auch auf Sieg zu spielen, weil wir hätten es dann auch mit den letzten zwei Ecken auch gewinnen können. Und bei Münster weiß der auch nicht, was passiert, wenn es 1-1 steht. Und der Jan war immer gut, wenn er gute Torhüter hatte. Und jetzt haben wir ihn wieder zurück und hoffentlich hält er Meniskus. Ja, in dieser engen Liga brauchst du halt auf allen Positionen, wo es dann auf Kleinigkeiten auf ankommt, brauchst du halt die Top-Männer und das kann ich auch nur unterschreiben. Also so wie der Gippardt jetzt gegen 60 gewirkt hat, strotzt er vor Selbstvertrauen. Und genau die richtige Saisonphase, da brauchen wir ihn. Ja, diese Mosaiksteine, also ich glaube, wir kommen schon langsam dem Puzzlestückchen, für Puzzlestückchen kommen wir dem Bild näher. Also alles, glaube ich, hat jetzt zusammen den Turnaround geschafft. Ich glaube, das kann man ja nach drei Spielen schon sagen, dass es ein Turnaround ist. Und Bayer Lorz, glaube ich, hat auch zuletzt gesagt, sie haben nochmal Konditionen gebolzt, ganz viele Läufe gemacht. Wobei, das ist, finde ich, eine relativ billige Aussage. Ich meine, welches Team wird jetzt keine Kondition trainieren in der Länderspielpause? Und ich glaube eher vielleicht in der Hinsicht, dass man sich Sicherheit schafft, weil man die Basics gut kann, also wenn man auch austrainiert ist, dass man dann die anderen Dinge auch richtig machen kann. Aber ja, würde jetzt für mich so darauf hindeuten, dass diese ganzen Puzzlesteinchen zusammen das ergeben. Vielleicht hat er dieses als Argument auch irgendwie genutzt, weil er halt vorher sich die Statistikschieß rausgelassen hat. Und wenn du acht Kilometer mehr läufst, kannst du dann auch sagen, wir haben auch mehr Konditionen gebolzt. Schau her, da ist der Beweis. Aber es zeigt zumindest, sie sind wieder bereit, den letzten Meter zu gehen. Und das hätte ich auch ohne Statistik jetzt mal wieder gesehen. Ich finde, wir machen immer noch verdammt viele Fehler im Spielaufbau, in der Rückwärtsbewegung. Aber es laufen zum Beispiel wieder alle zurück. hat mich in dieser Niederlagenserie unfassbar aufgeregt, dass jemand wie Kota, Ghana aus, manchmal auch sogar Faber, abgewunken haben, so scheiße, Ball verloren stehen geblieben. Und das passiert seit spätestens Halle nicht mehr. Ja, also auch gegen 60 sind alle wieder zurückgelaufen, haben sich manchmal natürlich auch blöd im Zweikampf angestellt. Also Bräunig hätte es 1-1 auch noch verhindern können, wenn er einfach sich erinnert hätte. oder ich weiß nicht, ob sie, wie gesagt, das ist immer mein Ding, ich weiß nicht, ob sie überhaupt so tief vorbereitet werden. Aber er weiß, es ist ein Linksfuß und lässt sich ausspielen, weil er so tut, als würde er ihn auf rechts legen, wo du natürlich weißt, eigentlich als Innenverteidiger, wenn mein Gegenspieler ein Linksfuß ist, wird er nicht rechts vorbeigehen, weil er will natürlich schießen. Aber das merkst du natürlich in dem Moment nicht. Aber er ist noch zurückgelaufen, er hat noch gefightet. Zwischenzeitlich dachte ich auch, Bräunig ist völlig durch und dann hat er nochmal eine Monstergrätsche ausgepackt. Also die gehen wirklich wieder in die letzten Körner und das hatte ich in dieser Lübeck-Mannheim-Phase hatte ich nicht das Gefühl, dass jeder diese 105% gibt, sondern halt nur 90. Und das ist wieder zurück und dann kommt auch der Erfolg wieder komischerweise, wobei ich ein bisschen Sorge hatte nach dem 1-0 von 60, da hat man glaube ich 15 bis 20 Minuten, wo wir wieder in alte Muster zurückgefallen sind, ein bisschen Angst hatten vor der Niederlage, die Tabelle im Kopf und da hatte ich echt Angst, wenn wir das jetzt verlieren, kommen wir wieder in so ein Negativstrudel rein. Deswegen war es so wichtig und wenn es nur eine Ecke war, den Turnaround zu schaffen, weil dann hätte, dann haben wir auf einmal wieder mit Freien aufgespielt. Deswegen bin ich gespannt, wie es die nächsten Wochen weitergeht, aber ich würde jetzt am nächsten Hot-Tag sagen, hätten wir da nicht den Turnaround geschafft, dann wäre es verdammt knapp gewesen, dann wären es ja nur noch fünf Punkte gewesen, dann wäre Kopfkino gewesen, also da hätte ich zumindest die nächsten zwei Spiele schwarz gesehen und jetzt bin ich schon fast wieder halbt, aber wie gesagt, es ist bombenwichtig, dass wir da noch den Turnaround geschafft haben. Vielleicht sollten wir ein bisschen jetzt auf unsere Schwächen, was wir noch abstellen sollten, die für die nächsten zwei Highlight-Spiele gehen und ja, unsere Community bis auf einen hat da auch den Sturm ausgemacht und da ist halt die Frage, liegt es am Stürmer selbst oder liegt es am System? Und wir haben ja auch Vogelwild gewechselt dann ab der 60. dann hat ja Hut und Ganaus vorne drin gespielt und ich weiß gar nicht, wie viele offensive Optionen wir da noch reingeschmissen haben und ja, brauchen wir da eher wieder Hut als Sturzstürmer oder brauchen wir beide oder Ganaus oder brauchen wir besser da außen der Sack bei Wasser? Also ich glaube, gegen 60 ist das so klassisch aufgefallen. Es ist genau das eingetreten, was der 60-Trainer den Namen ich mir nicht merken kann in der Spieltagspressekonferenz vor dem Spiel gesagt hat. Sie laufen meistens, also über die Regensburger, sie laufen meistens über rechts an und bringen die Flanken rein und genau so war es und man muss wirklich sagen, also die 60er waren da aus meiner Sicht super drauf eingestellt, haben da wirklich ihr Bollwerk geschnürt und wir hatten da echt Probleme. Also unsere Mittel über außen hat nicht wirklich funktioniert, aus meiner Sicht zumindest. Das Zentrum war auch gut besetzt, aber auch sind wir nicht wirklich durchgekommen und dann hatte ich schon das Gefühl, vielleicht beschreibt das auch das, was du gerade so ein bisschen gesagt hast, dass uns dann so ein bisschen die Ideen fehlen und dann, ja, keine Ahnung, dann gehst du natürlich noch, liegst du 1-0 zurück und dann beginnt das ganze Kopfkino und so weiter, umso besser, dass wir dann dieses Spiel zumindest noch ausgeglichen haben. Um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, ich glaube, also ich weiß es nicht, ob es am System liegt, ich würde tatsächlich gerne im Spiel jetzt halt, im nächsten Spiel gegen Ulms mal mit beiden probieren, sprich mit Hut und mit Garners. Ja, oder halt mal auch anweisen, dass die zweite Reihe mal abzieht, auch wenn es oft auf der A3 landet oder in Oberisling, aber wenn der Torwart sich immer, wenn der Torwart sich, oder die ganze Abwehr sich darauf einstellen kann, kommt eh kein, also kommt eh kein Ball von der zweiten Reihe, dann stehst du auch defensiv genauso, wie beim Football, wenn du nie läufst, dann kommt auch der, dann kommt auch der Pass nicht an. Und ja, unsere Variationen sind zugedenken. Wir machen, wie du schon sagst, immer das Gleiche und wenn wir es nicht von rechts machen, machen wir das Gleiche auf links und in der Mitte passiert relativ wenig, auch wenn Vieth sehr viele Ballkontakte im Mittelfeld hatte, so kurz vor der Box hat er dann irgendwie gefehlt als Verteiler oder hat auch nie, ich glaube, kann mich an keinen Fernschuss von Vieth erinnern, einen Fernschuss gab es in der ersten Halbzeit, das war, glaube ich, Quota, da ist er nach innen gezogen und hat ihn dann ganz lange Ecke zimmert. Sowas muss auch immer öfters kommen, finde ich, auch von dem links und rechts außen, dass die mal aufs Tor schießen und wie du schon sagst, diese Halbfeldflanken, vor allem Faber schafft mittlerweile immer den Gegenspieler anzuflanken. Das ist, ich habe, kannst du mir, ich habe, ich kann es mir nicht erklären, aber ich glaube, er hat keine einzige Flanke gegen 60 geschlagen, die nicht wenigstens abgefälscht war oder der Gegenspieler noch dran war, also da stimmt halt irgendwas nicht und als wir gegen in Münster, in Münster hat es mir aufgefallen, sind wir sehr, sehr oft an die Grundlinie gegangen und so ist ja auch das 1-0 an die Galbe gefallen und das 2-0 mit Quota geht es halt mal wieder an die Grundlinie. Warum hat man, also man hatte gegen Münster gesehen, das ist absolut erfolgreich und hat es dann gegen 60 kein einziges Mal gemacht. Ja, weil 60 das genau vermeiden wollte, die haben sich genau das Spiel gegen Münster angeschaut, wo Münster teilweise Fehler gemacht hat gegen unsere Offensive und das, ja, lehrbuchmäßig, also die waren wirklich gut eingestellt, also fast Kompliment an Giannickes, so heißt er übrigens. Danke, genau. Und das hat 60 sehr stark gemacht, die wussten genau, wenn wir auch das Spiel machen müssten, ich glaube, wir hatten 63% Ballbesitz, also das hatten wir noch nie, glaube ich, also man belehre mich eines Besseren und damit können wir halt nicht so viel anfangen, weil wir einfach den Inhox-Ball spielen. Dann sind wir sehr weit aufgerückt gewesen, Ballverlust und dann hinten total blank gewesen. Zum Glück ist der Lackenmacher nicht schneller gewesen, sonst, ja, wenn er die Chance noch gemacht hätte. Also das ist nur meine Kurzanalyse, in Anführungszeichen, von dem Spiel. Ich glaube, wir haben so gespielt, weil 60 das so gespielt hat, leider, also das muss man uns ankreiden, wir konnten da jetzt nicht darauf antworten, 70 Minuten lang. Und dann ist es aber auch eine Qualität, einen Elias Hu zu bringen, der halt einfach mal einen Kopfball macht. Ich hätte nie gedacht, dass wir gegen 60 ein Kopfballtor schießen, weil die haben den Verlad hinten drin, den Michael Glück hinten drin, auch so ein langer Typ. Die haben alles weggeköpft, aber die eine Ecke haben sie nicht weggeköpft und dann steht es 1-1. Für uns ist es ein gefühlter Sieg und da ist es doch wertvoll, einfach auch einen Elias Hu mal bringen zu können. Also auch wenn er vielleicht nicht jedermanns Liebling ist von der Spielanlage her, aber diese Variabilität macht uns schon stark und ich weiß nicht, ob ich jetzt groß anders spielen würde, ob ich würde vielleicht halt mit Elias Hu mal beginnen wieder. Das kann natürlich sein, dass der sich anbietet oder auch vielleicht mal ein Waldi Mustafa, wo ich immer noch hoffe, dass er auch mal eine Bude macht, aber offensichtlich ist er noch nicht so drin und kann es noch nicht so spielen. Er ist auf jeden Fall wissere röst, dass er nicht spielt. Nur Ganaus, aber ich finde, so viel umstellen muss man da erstmal gar nicht. Vielleicht kann man das auch nicht mehr nach vier Fünfteln der Saison hier jetzt groß mal rumzuzaubern. Es gibt immer die Variation, die haben wir jetzt auch immer gesehen, in gewissen Momenten des Spiels, Dreierkette und dann Schienenspiele und dann ziehen wir vielleicht noch einen Offensiven weiter nach vorne, wenn es vor allem immer hinten liegen, haben wir das ganz gerne glaube ich mal gemacht. Aber ja, hat auch nicht immer gefruchtet. Die Spiele vor Halle waren jetzt, das haben wir da auch öfters gemacht gegen Seinhausen glaube ich auch und mei, Spielglück ist oft auch ein Ausschlaggebend in dieser Liga, diese Kleinigkeiten und dann haut es halt mal hin und wie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass das 60-Spiel so läuft, aber so nachhinein kann man sagen, wir haben eigentlich die fast, also wir sind als Sieger aus dieser Partie rausgegangen, psychologisch zumindest. Psychologisch, ja. Für die war es halt irgendwie auch komischerweise das Spiel des Jahres, damit kann man so blöderweise die ganze Saison retten. Die haben sich ja auch im Fanumlager sehr was darauf eingebildet, dass sie halt viele im Jahnstadion hatten, wo ich aber sagen muss, so wenige 60er hätte ich nicht erwartet. Also das hat der Jahn sehr gut hinbekommen mit der Verkaufsphase, dass nicht das Stadion überrannt worden ist. Ich glaube, ich kann mich an ein Nürnberg-Spiel erinnern, wo ich mir gedacht habe, wir sind ja nur Nürnberg-Fans, was haben wir denn da gemacht? Und ich muss sagen, auch viele bei uns im W-Blog und auch vielleicht im VIP-Blog haben es ernst genommen, dass das Jahn gegen 60 ist und dass es nicht ihr Zweitverein 60 ist. Ich habe bei der Schallparade, glaube ich, noch nie so eine große Mitmachquote auf der Hans-Jakob gesehen. Wie gesagt, die West hat zumindest demonstriert, wir sind Regensburger, die meisten waren auch mit Regensburg-T-Shirts da. Also ich glaube, die Leute nehmen das auch mittlerweile ernst, dass das unser Stadion ist und dass das nicht nur, ja, wir gehen einfach mal mit Fußball schauen, weil es halt gerade Fußball in Regensburg ist. Wir schauen uns das halt mal an, sondern ich glaube, da ist wirklich einiges zusammengewachsen in den letzten, ich weiß gar nicht, acht Jahren haben wir das Stadion jetzt oder sieben und das ist auch alle Ehren wert und deswegen habe ich mich auch in Instagram entscheidend dagegen gewehrt, wenn 60er gesagt haben, wir haben euer Stadion eingenommen. Also da gab es tatsächlich kleinere Fanszenen, die bessere Stimmung gemacht haben, auch wenn die Stimmung sehr gut war, die die 60er gemacht haben, aber unsere Stimmung war verhaltensmäßig besser und ich hätte nicht gedacht, dass man in einem ausverkauften Jahnstadion die Hans-Jakob-Tribüne so laut bekommen, weil meistens finde ich es sie immer lauter, wenn so 8.000, 9.000 Leute drin sind oder halt der harte Kerl richtig in der Hans-Jakob drin steht und bei einem ausverkauften Spiel gegen 60 hast du halt auch viele Leute, die zum ersten Mal vielleicht in Hans-Jakob stehen, aber dafür war die Stimmung wirklich, wirklich überragend, war sehr beeindruckt. Natürlich machen wir mal kurz leise nach dem 1-0 manchmal geschwommen haben, aber nach dem 1-1 war ich unfassbar beeindruckt und hatte fast schon Gänsehaut, so geil war das. Ja, der Jan, nicht nur seit dieser Saison, aber der Jan ist halt eine Marke, eine Marke geworden, gerade auch, finde ich schon, für die Region Ostbayern, war es ja auch immer so. Das sagst du jetzt, du warst ja im Marketing, oder? Warst du da nicht auch Praktikant? Ich war da Praktikant, ja, aber das ist schon, ist schon einige Jahre hier, aber du hast recht. Ich finde schon, also... Warst du da auch mal dem Janni drin? Nein, nein, mir wurde es auch nicht... Erlaubt, weil du zu groß bist? Nee, also den Bauch hätte ich gehabt wahrscheinlich. Nee, das stand gar nicht zur Debatte. Boah, also Gott sei Dank, da hat es ja 50 Grad drin, aber wir schweifen ab. Ich glaube schon, dass diese, das, was immer so als Ziel ausgegeben wird, der Jahn, die Sport-, die Fußballmannschaft für die Region Ostbayern, dass das, auch wenn wir jetzt in die dritten Liga abgestiegen sind, dass das schon wirklich wirkt und dass man das gerade auch bei solchen Spielen merkt. Natürlich können auch bei, ich nenne es jetzt mal normalen Ligaspielen, vielleicht durchaus noch mal ein, 2000 Leute mehr da sein, aber ich glaube, da war jetzt einfach das 60-Spiel wirklich so ein Beweis dafür, wie du schon gesagt hast, dass da was zusammengewachsen ist. Spannend wird es natürlich jetzt auch, wie es mit der Fanverteilung gegen Dresden aussieht, da bin ich wirklich auch gespannt. Wird wahrscheinlich ähnlich so sein, vielleicht hat Dresden irgendwie in Anführungszeichen schlauer angestellt, vielleicht bringen die da noch irgendwie mehr Fans rein, ich weiß es nicht. Ja, aber wie du schon sagst, ist schön zu sehen. Wetter war auch gut, es ist eine Saisonphase, wo es jetzt nicht sehr langweilig ist, der Jahn war auch Erster vor dem Spieltag, also insofern, ich glaube, welche Argumente gäbe es denn noch, da jetzt nicht ins Stadion zu gehen, also das wäre eigentlich fast traurig gewesen, wenn nicht. Das stimmt, aber mein Punkt war ja, dass sonst immer viel mehr Neutrale drin sind. Ich teile schon deine Beobachtung auch, also irgendwo ist da was entstanden, sicherlich, wenn man sich das auch vergleicht mit 16, 17 der letzten Drittliga-Saison, ein großer Unterschied. Auch die Auswärtsfahrer sind viel mehr geworden als früher, also es ist was gewachsen, ein kleines, zartes Pflänzchen, wenn man das vergleichen darf, aber heißt natürlich nicht, dass es nicht noch mehr geht, also ja. Ja, genau. Auch dieses Motto alle in Rot, ich finde, sowas schwört halt auch immer ein. Also so banal das vielleicht ist, aber das hat doch schon einen Effekt, ja. Und dann gegen 60 ist natürlich eh immer prestigeträchtig, also hat zum Glück alles hingehauen, kein Stimmungsboykott oder ähnliches, was bei gegen Ingolstadt ja noch die Stimmung getrübt hat, da war ja eh nicht die Voraussetzung gewesen. Und ja, kann man nur zufrieden sein, ja. Uns geht's gut. Naja, abwarten, ob wir das noch in drei Wochen sagen. Ja, das stimmt. Jede Podcast-Folge ist ein Auf und Ab der Gefühle. Aber wer hätte das vor der Saison gedacht, also da, ja, natürlich langweilig, da jetzt immer dran zu erinnern, aber wer hätte vor der Saison gedacht, dass wir Mitte April auf den Aufstiegsrängen stehen und so ein Spiel gegen 60 sehen, wo quasi alle Fußballleidenschaften durchgelebt werden von, ja, jetzt kriegen wir dann das 2-0, 3-0, wir werden abgeschossen von den Löwen und dann fast Sieg wieder, also das kann man sich immer wieder im Hinterkopf behalten. Ja, und vor allem, wir werden sicher vor den Löwen landen in dieser Saison, also das hätte es vor 20 Jahren auch niemandem erzählen brauchen. und ich habe es bei Magenta gesagt, oder geschrieben, die haben eigentlich einen ganz guten Trailer gemacht, eben für die Spitzenduelle und dann habe ich halt geschrieben von hoffentlich steigen wir nicht ab zu, oh Gott, nur noch 6 Punkte Vorsprung, das ist auch Regensburg, das ist unsere Gefühlslage. Wir haben sehr schnell wieder dieses Anspruchsdenken zurückbekommen, aber ich halte es jetzt mal, wie Achim Bayerleut hat ja gestern im Blickpunkt Sport gesagt, jetzt heißt es einfach machen, also zum Thema Aufstieg. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Ja, und da möchte ich noch anknüpfen an das, was du vorhin gesagt hast, da hast du irgendwie gesagt, ja, dass nicht vielleicht jeder da jetzt 100% bereit wäre für diesen Aufstieg oder für den Erfolg, also da muss ich aber sagen, also wenn du das nicht bist, dann bist du aber auch nicht profiwürdig. Das war ja auch mein Take letzte Folge. Also eigentlich müsstest du seit dem November insgeheim, du kannst sagen, du redest nicht drüber, aber eigentlich musst du dann für dich sagen, das Ding müssen wir jetzt machen. Also wenn du das nicht hast, dann bist du eigentlich kein Profi. Was anderes ist, wie gesagt, drüber reden, ja, und klar hat ein Bayerleutze auch vor wenigen Wochen das Interview gegeben, ja, jetzt erstmal mal schauen, wie wir, erstmal schauen wir mal, wie wir dastehen, weil so gut hält uns auch keiner. Das habe ich jetzt vorhin auch schon gesagt, das stimmt auch, aber intern muss doch schon eine andere Sprache gesprochen werden. Deswegen habe ich es auch nicht verstanden, was es so abgegangen ist. Ich meine, du hättest die letzte Folge anhören müssen, da habe ich gesagt, ich verstehe nicht, warum sie nicht mit den dicksten Eiern der Welt in die Rückrunde gestartet sind. Na, das verstehe ich dann schon auch, weil das kann belasten. Also hat ja ein Galpel mal gesagt, vielleicht sind wir nicht dafür gemacht, jetzt hier die Gejagten zu sein, sondern eher vielleicht so von Rang 2 oder 3, die Jäger, also psychologisch so, ja, es ist jetzt Küchenpsychologie, aber also das heißt, muss schon jeder drin haben, dass er jetzt voll durchzieht, also das muss man ja voraussetzen können. Ja, ja, klar, aber ich finde, man muss, also wenn man mal in einer erfolgreichen Mannschaft oder in einem erfolgreichen Team gearbeitet hat, dann merkt man, da ist ein anderer Spirit drin, als wenn jeder nur Dienst nach Vorschrift macht. Und es, wenn du, keine Ahnung, manchmal, manchmal hast du halt Mentalität auch gar nicht mehr, um zu sagen, ja gut, jetzt gehe ich noch die letzten, die letzten Schritt und schaue ich halt mal weiter, weil ich meine, natürlich sind das alles Profifußballer und vielleicht hat ja auch der ein oder andere gar nichts in der Dritten Liga zu suchen, das kann ja auch sein, aber sie haben sich jetzt nochmal zusammengerissen, sie haben gezeigt, dass sie es wollen, sie haben gezeigt, wir können das und wir wollen das und ich weiß nicht, was da passieren kann oder was da passieren muss, aber sie haben nochmal eine Kehrtwende bekommen und haben mir alten Grattler bewiesen, dass sie doch Profifußballer sind, natürlich können sie jetzt auch nochmal die letzten fünf Spiele verlieren und sie kriegen von mir dann wieder einen auf den Deckel, dann bin ich dann der, der als Real landet, weil er den Spieler auspeitscht, dass dem Pressetunnel, falls ihr das mitbekommen habt, in der Saudi-Arabischen Liga hat wohl ein Scheich den Spieler ausgepeitscht und da gab es einen großen Aufschraub und ich dachte mir, das wäre ich wahrscheinlich auch, wenn ich da der Mesen wäre. Das wäre genau dein Ding geführt, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Peter verschossen, dreimal den Rücken jetzt einfach mal wirklich nochmal eins zu eins auszuklamüsern. Was heißt denn, jetzt heißt es machen? Also das ist ja auch so eine Aussage, die, ja. Ich fand es ganz gut zu dem, also ich finde es, ich finde es ganz gut, ich würde es auch gerne als Sendungstitel nehmen. Danke, dass du es mir vermisst. Naja, natürlich muss man machen, aber was soll er denn eigentlich anders sagen? Also ich habe keine Ahnung, bei Jan Verantwortlichen denke ich mir, dass sie sagen, ja, wir sind noch nicht aufgestiegen und da darf man nicht so viel Druck machen. Also, dass er sich so äußert, habe ich mich schon gefreut. Das heißt, jetzt heißt es einfach machen. Also, ja, jetzt heißt es einfach, das Ding über die Linie bringen. Das ist halt, so würde ich jetzt ausdrücken. Und selbst wenn du jetzt die nächsten zum Beispiel verlierst, okay, wir bauen uns jetzt schon wieder so ein Schutzschild auf, selbst dann musst du es noch schaffen, weil dann musst du halt einfach die anderen drei weghauen. dann lege ich jetzt noch mal die Karten auf den Tisch, weil ich habe es vorhin auch schon gesagt, also wir haben jetzt sechs Punkte Vorsprung vom dritten. Ja, wenn du es jetzt nicht machst, also du hast fünf Spiele, sechs Punkte Vorsprung. Also wenn du es dann nicht schaffst, hast du es nicht verdient. So ehrlich, das ist eigentlich keine Aussage, wo man dagegen reden kann. Du kannst es nicht verdienen, wenn du zwölf Punkte verspielst. Ja, aber da muss ich sagen, also das hat mich wieder diese dritte Liga-Erfahrung gelehrt jetzt, diese verdammte Liga mit 38 Spieltagen ist so lang und braucht so einen langen Atem, da geht es halt ab dem 30. Spieltag nochmal richtig von vorne los teilweise. Und das sehen wir halt auch jetzt an der Tabelle. Und wer diesen langen Atem hat, letztes Jahr hat es Osnabrück gehabt, hat dann am Ende auch vielleicht die Nase vorn. Und es kann knapp sein und wir sehen es mit Zerbrücken, wie die jetzt kommen. Wir sehen es im Gegenzug mit Verl, mit Essen, die da vielleicht ein bisschen abfallen. Also ich sehe das auch, ich sehe das auch wieder, wie der Flo. Und ich finde, um vielleicht nochmal kurz auf die Aussage von Bayer Lorz zurückzukommen, ich fand das auch gar nicht verkehrt, als er vor zwei, drei Wochen gesagt hat, hey, wir halten jetzt mal den Ball flach. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da intern schon anders drüber gesprochen wurde. Und dass es jetzt dann ja im Endeffekt kongruente Aussagen zwischen Bayer Lorz gibt und in dem, jetzt vor dem 60-Spiel war ja auch ein kurzer Take im BR mit Präsident Hans Rothhammer, der im Endeffekt ja auch sagt, also wenn wir so lange um jetzt dabei sind, dann wollen wir das natürlich auch machen. Ja, und es gibt ja jetzt keine Alternative mehr. Also du musst jetzt alles reinhauen in diesen letzten fünf Spielen und dann wird man sehen, für was es reicht und hoffentlich reicht es und wenn nicht, dann ist es wahrscheinlich eine riesen Enttäuschung, aber dann ist es so. Jetzt kommt auch noch Unruhe in den Verein. Das ist man eigentlich nicht gewohnt. Heute ist ein bisschen durchgesickert, dass anscheinend Faber zum KSC geht. Die Quellen verdichten sich, sagen wir es mal so. Ist natürlich nicht bestätigt, aber ich finde, wir als Spekulationspodcast müssen auch mit spekulieren. Ja, sowas hätte es früher irgendwie auch nicht gegeben, dass sowas so konkret wird. Ich hoffe, ich hoffe natürlich, dass es nicht wahr ist. Ich hoffe, die erzählen alle Schwachsinn, weil ich habe beim Abstieg auch wildeste Gerüchte von jemandem gehört, der irgendwo in irgendeiner Firma Gabelstapler war und angeblich alle kennt aus dem Vorstand, wie auch immer, dass wir quasi pleite sind, wenn wir absteigen. Ich habe gedacht, ja, also bitte verbreitet halt solche Gerüchte nicht, weil das ist ja einfach von vornherein Schwachsinn. Dass Faber vielleicht irgendwo hinwechselt, haben wir ja schon immer befürchtet. Ich fände es halt jetzt tendenziell blöd, wenn es jetzt rauskommt und es bringt halt, wie gesagt, Unruhe rein, vor allem wenn du verlieren solltest, wenn du jetzt gegen Ulm gewinnst, interessiert das kein Schwanz, dieses Gerücht. Aber ja, blöd, dass es passiert, gerade vor den wichtigen Spielen. Ja, das ist jetzt natürlich, kann es natürlich schon auch aus dem Sturm und Wasserglas sein, weil das ist jetzt vereinzelte Debatte, ja. Wir haben, glaube ich, über mehrere Podcasts schon immer mal geredet darüber, was ist jetzt, wenn der Faber weg ist, der im Vertrag läuft aus. Damit muss man natürlich im Profisport rechnen, dass der vielleicht jetzt weggeht, ja. Auch ein guter Spieler ist halt immer begehrt und dass das halt jetzt gerade ist, ist halt vielleicht ein bisschen Zufall. Ich würde das gar nicht so hochhängen. Wenn er Scheiße spielt, ist es schlecht, ja. Aber er, glaube ich, also ich schätze ihn das schon als So-Spieler ein, dass er halt, dass er sich da jetzt nichts anmerken lässt, gehe ich mal stark davon aus. Ja, und selbst wenn, also selbst wenn das jetzt schon durch wäre, würde ich jetzt auch sagen, der wird das durchziehen und wird das versuchen, im besten Jahensinne zu lösen und wenn es dann so sein soll, dann soll es so sein. Ich kann mich nur erinnern, als der Grüttner dann irgendwann aufgehört hat, hat es auch geheißen, um Gottes Willen. Drei Jahre später zum Abstiegen? Das mag wohl sein, ja, aber auch da war dann, um Gottes Willen, wo kriegen wir jetzt einen Grüttnersatz her? Als Eric Tommi gegangen ist, um Gottes Willen, also um Gottes Willen, nicht bestritten, dass Faber ein enorm wichtiger Spieler ist, aber auch dann wird sich die Jahrenwelt weiter drehen. Naja, wir sind halt auch gebrannt von letzter Saison, da wo alle abgehaut sind und man das dann schon vielleicht gemerkt hat im Frühling, leider, als es abgezeichnet hat, dass es halt vielleicht in die dritte Liga geht, da hat halt jeder sein eigenes Süppchen gekocht, so ehrlich muss man auch sein. Stimmt. Diese Angst ist da, glaube ich, drin begründet, aber er wird vielleicht nicht der einzige Spieler sein, der nach der Saison geht und wo wir halt auch noch nicht wissen, dass er geht, insofern bewerte ich das jetzt als normalen sportlichen Vorgang noch. Ja, und es ist ja natürlich ein Riesenunterschied, ob du einen Vertrag hast und es geht nur um den Abstieg und das ist eh scheiße und alles ist kacke oder ob du einen neuen Vertrag hast und weißt und trotzdem kann ich danach noch krasse Abrissparty feiern mit meinen Jungs. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Motivation. Und selbst wenn er jetzt den Vertrag unterschrieben hat, will der glaube ich auch, ich sage jetzt mal am Heidplatz feiern, aber ich glaube halt einfach diesen Aufstieg miterleben, es wird einen Blattsturm geben, ich glaube er ist auch kein Kind von Traurigkeit, auch wenn er keinen Alkohol trinkt, aber er will auch diese Party mitmachen, glaube ich. Ja und man muss ihn mal zugutehalten, er ist ja auch einer der wenigen Spieler, die sich nicht verpisst haben letzte Saison und kann sich vielleicht auch vergleichen mit diesen Spielern, die geblieben sind, als es in die Regionalliga ging, da wurde auch immer dann geredet, als es wieder hochging, Mission erfüllt, ihr habt doch quasi euren Fehler ausgemerzt oder so, ja, lassen wir doch einfach diese schöne Erzählung, um die Motivation hochzuhalten, ansonsten können wir uns vielleicht dann nach Saison 1 nochmal drüber unterhalten, was die damit sagen, also wenn es dann vielleicht nochmal feststeht, vielleicht ist es auch gar nicht der KSC oder Ja und wer sagt denn auch, wenn der Jan aufsteigen sollte, also ich würde es Faber durchaus zutrauen, auch dann hier zu bleiben, auch wenn er wahrscheinlich auf Geld verzichten würde. Das glaube ich nicht, aber ich glaube, Du glaubst noch an das Gute in der Welt, ich nicht. Aber angenommen, er hat es schon im November unterschrieben, ich meine, dann ist es ja jetzt auch nicht so schlimm, hat er jetzt auch einigermaßen gute Spiele abgeliefert, kann man ja wohl sagen, oder? Ja, klar. Also ich glaube nicht, dass es jetzt erst seit dieser Woche feststeht, wenn er dann jetzt unterschrieben hätte. Ich weiß gar nicht, wann meine Podcast-Ausgabe mit ihm war, sonst hätte er mich ja angelogen, aber die war glaube ich relativ früh in der Saison, weiß nicht, ob es dann November rum war. schaut es mal jemand nach. Jetzt möchte ich eigentlich noch mal zu einem Thema bringen, was der Philipp und ich letztes Mal ja sehr lange besprochen haben und nicht, dass es dann irgendwie doch zu Missverständnissen von meiner Seite kommt, zum Thema Polizei und UR und solche Geschichten. Da vor allem muss ich jetzt halt drüber sprechen, weil ich es halt live miterlebt habe. Ich stand am Turm nach dem Abpfiff und dann ist UR in die Fanszene halt wie immer zum Bus gegangen und da standen zwei F-Busse bereit, zwei Schwenkbusse, um sie zum Bahnhof zu bringen und es sah auch so aus, erst mal, dass die ganz normal gehen dürfen und dann, kurz bevor der letzte an mir vorbeigegangen ist von UR, ist eine ganze Traube an Polizeiautos gefahren, offensichtlich von oben auch und haben die dann eingekesselt. Ein, zwei Kumpels von mir wollten da noch mit dem Bus heimfahren und sind naiverweise quasi auch in den gleichen Bus wie UR eingestiegen und die wurden dann tatsächlich von der Polizei rausgelassen und die haben halt gemeint, also so ein Polizist, ich alles nur hören sagen, ja, dass es da eben auch wieder um Diebstahlsdelikt geht und ein Polizist hat wohl irgendwie gemeint, ja, er soll jetzt lieber mal gehen, weil es dauert länger und der andere hat wohl irgendwie gemeint, ja, weil er so gemacht hat, gesagt hat, ja, das ist doch völlig überzogen, ja, damit sie es mal lernen oder so und ich muss jetzt mittlerweile auch irgendwie sagen, das ist jetzt der dritte Vorfall in zwei Heimspielen, eben diese Geschichte gegen Ingolstadt, was wir zu lange diskutiert haben, deswegen will ich nicht darauf eingehen, es gab wohl auch eine Einkesselung vor dem Spiel, deswegen sind sie zu spät gekommen und jetzt eben diese Aktion danach und ja, ich bin ein absoluter Demokrat und Rechtsstaatfreund, aber zu einem funktionierenden Rechtsstaat brauchst du eine gute Polizei und eine funktionierende Polizei, aber zu einem funktionierenden Rechtsstaat gibt es auch ja, die Verhältnismäßigkeit und ich finde, langsam ist die Verhältnismäßigkeit in der Beziehung nicht mehr gewahrt, selbst wenn ein Schal entwendet wurde, stehen da eine Hundertschaft an Polizisten, also es waren mindestens 80 oder 90 Polizisten, vier Stunden rum, um irgendeinen, sage ich mal, 16-jährigen Pauschal festzunehmen, der einen Schal irgendwo entwendet hat und gleichzeitig kämpfen wir in Regensburg mit, weiß ich nicht, Kriminalität am Pilz, Diebstählen in Supermärkten, wo schon die Polizei überhaupt gar nicht mehr kommt, wenn der EDK am Bahnhof anruft, wenn ein Diebstahl gemeldet wird und da stehen sich 60 Polizisten die Füße platt, holen eine Überstunde nach der anderen rein, der Polizeipräsident sagt ja, wir kommen gar nicht mehr klar mit unseren Überstunden und das ist einfach nur aus Langeweile, sorry, oder halt um ein Zeichen zu zeigen, zu setzen und mir gefällt diese ganze Entwicklung, da muss ich jetzt politisch werden, keine Politik im Podcast eigentlich, diese ganze Entwicklung in Bayern gefällt mir nicht, rund um dieses Polizeiaufgabengesetz, das nicht dafür verwendet wird, für was es uns verkauft wurde, sondern hauptsächlich um Klimaaktivisten und Fußballfans festzusetzen und nicht um Terroranschläge abzuwenden und ja, die Späße, die er jetzt hat mit dem Cannabis-Gesetz macht, er verwendet halt einfach die bayerische Polizei nicht für die Zwecke, für die ich sie gerne als Demokrat und Rechtsstaatler haben möchte und das möchte ich hier nochmal ausdrücklich sagen, das sehe ich nämlich auch so, ja, also da stehe ich voll hinter der Seite nicht nur von UER, sondern auch von der Fanhilfe und von diesen Statements, das ist einfach drüber, ja, und das rechtfertigt auch kein geklauter Schal, diese Aktion mittlerweile, finde ich, und ja, das wollte ich einfach nur mal loswerden. Kann da auch nicht viel ergänzen, erstens habe ich die Hintergründe sowohl gegen Ingolstadt als auch jetzt kaum oder gar nicht mitbekommen, was man schon festhalten muss, ist glaube ich, dass ein geklauter Schal jeden Spieltag irgendwo vorkommt und diese Kleinigkeiten in Anführungszeichen aufzubauschen, scheint mir natürlich schon Strategie zu sein und man muss das wohl erstmal so unterstellen, dass das vor der EM jetzt der Bayerische Staat nochmal eine Machtdemonstration aussenden will, maximal restriktiv da zu agieren. Wollee von U eher kein einziger wahrscheinlich, Europameisterschaft schauen würde, sorry. Vor allem mit dieser Info, dass sie vor allem Minderjährige so angehen, ja, also es scheinen mir immer, also Minderjährige gewesen zu sein in den Fällen, da jetzt auch so Psychotricks anzuwenden, also das ist schon durchaus Strategie, also zumindest muss man es unterstellen und zumindest bietet sich mir so dieses Bild und das klingt nach einer politischen Motivierung, klar. Ich muss erstmal auch dazu sagen, ich kenne die Hintergründe nicht, ich Also ihr müsst euch nicht dazu eräußern, ich wollte bloß einfach mal mir vom Herzen reden, weil ich natürlich auch ein sehr politischer Mensch bin. Also ich kenne die Hintergründe nicht, ich kann dazu eigentlich nur mutmaßen, ich verstehe deine Sicht voll, auch das, was der Flo gesagt hat, kann ich nachvollziehen. Was mich eher interessieren würde, aber vielleicht ist das auch naiv gedacht, aber es gab ja eben diesen Vorfall oder ja alles rund um den Spieltag gegen Ingolstadt und jetzt eben anscheinend gegen 60, gibt es da keinen Austausch, vielleicht ist das auch total naiv oder gibt es da irgendwie eine Aufbereitung, also ich sage jetzt mal sowohl von Seiten des Vereins, aber auch natürlich von Seiten der Polizei, ich kann mir das nicht vorstellen, wie das abläuft, ob es sowas gibt, weiß ich nicht, aber also für mich auch als Demokrat und jemand auch, der einfach gerne in einem demokratischen Rechtsstaat lebt, also so kann es ja nicht weitergehen, also wo ist denn jetzt die Lösung, also wir können ja nicht im nächsten Spiel gegen Dresden wieder so ein Thema haben, also ja die Polizei wird natürlich sagen, klaut es ja keine Schar ist, aber ich sage halt wie gesagt, also ich finde es auch nicht geil, dass da ständig irgendwas entwendet wird und ich hasse es auch, wenn ich außer jetzt bin und auf mein Zeug aufpassen muss, die können sie ja alles nachverfolgen, aber man kann nicht 150 Leute in Sippenhaft in den Bus einsperren, um so ein Delikt aufzuklären, da musst du andere Sachen machen, das wäre genau das gleiche, wie wenn du, wie gesagt, wenn beim Edeka Dürnberger irgendjemand einen Kugelschreiber klaut und dann kommt eine Hundertschaft und sperrt erst mal die ganzen Kunden da ein, bis sich der eine meldet, der die Kugelschreiber geklaut hat, also das muss man mal in Relation setzen, ja, natürlich kann man jetzt sagen, ja, die schützen die Täter und was weiß ich, aber jeder, anscheinend bei dem Ingolstadt-Spiel war es ja einfach irgendjemand mit einem Jahn-Trikot, der halt Scheiße gebaut hat und anscheinend gar nicht aus UR-Szene, also das ist halt einfach keine Verhältnismäßigkeit und man kann Sachen auch aufklären, indem man sich die Videoaufnahmen anschaut und irgendwann mal bei dem zu Hause vorbeischaut, weil es ist ja nicht so, als muss das sofort aufgeklärt werden, weil sonst flüchten die Täter nach Nicaragua oder sowas. Also ich glaube, das wichtigste Wort, was du genannt hast, ist Verhältnismäßigkeit, klar, auch wenn es nur in Anfangszeichen an Schale entwendet wurde, also das muss ich schon auch sagen, dann nehmen wir aber einen im Rechtsstaat und dann ist das eine Straftat, Punkt, aber wie du schon sagst, es ist nicht verhältnismäßig, dann 200 Leute oder wenn es so war, ich weiß es nicht, dann in einem Bus irgendwie ewig lang festzuhalten. Ich finde das eine total schwierige Situation, weiß nicht, ob sie im Moment ein bisschen verfahren ist, ich habe keine Ahnung, bin da zu wenig im Thema, ich weiß auch nicht, ob es eine, wie du gesagt hast, Flo, eine Taktik der Polizei ist, ich habe keine Ahnung davon, aber es muss halt eine Lösung her, weil es kann ja nicht sein, dass es in einem Spiel wieder so ist. die Lösung können die Staatsorgane schon gut aussitzen, also ich wäre auch ein Hippie gerne und wäre super, wenn es eine Lösung gibt, aber ich glaube, das ist nicht abzusehen. Aber wenn die komplette Gesellschaft schweigt, passiert halt gar nichts, also vielleicht wieder ein bisschen mehr Sensibilität, weil es hat ja jetzt seit Jahren Stadionöffnung hat es überwiegend sehr gut geklappt, die Polizei, die Polizeistrategie, weil vor allem halt unser Stadion auch gut gebaut ist, die Fanszene kommen eigentlich in der Regel nicht aufeinander, bei 60 war halt jetzt wieder ein bisschen Sonderfall, weil die halt gegenseitig im Kneidinger hocken, aber sonst funktioniert die Einsatzstrategie relativ gut und mich wunderts und mich ärgerts, dass dieses Fass jetzt wieder aufgemacht wird durch diese ganzen, ja, gegenseitigen Provokationen, aber als Staatsmacht muss man vielleicht auch mal drüberstehen, wenn ein 14-Jähriger dich trietst oder sowas, also, aber ich will gar nicht zu viel drüber quatschen, also, wenn du noch ein Abschlusswort sagen möchtest, aber dann warst du so. Ich habe nichts mehr erstmal dazu zu sagen, weil ich natürlich auch nicht so fit bin, wie jetzt der Brownie oder Leute aus der Feinhilfe oder die Betroffenen selber, also, obachte nur das von außen und denk mir meinen Teil, mehr kann ich dazu nicht sagen. jetzt will ich gerade schauen, ob ich einen Kicker finde, äh, Ticker finde, wie Ulm gerade gegen die Stockgarter Kicker spielt. Also, ich habe es hier gerade laufen gehabt, 0 zu 0 Stanz zur Halbzeit. Ah, okay, und ich weiß aber nicht, ob es zuverlässig ist, weil es ein Fußballticker ist, der natürlich nicht offiziell betrieben wird, sondern es ist immer ein Mensch dahinter, der vielleicht Fehler macht. Auf jeden Fall war eher meine Frage, spielt uns das in die Karten, dass die Mittwochabend spielen müssen im Landespokal oder völlig wurscht? Ich würde nicht, weil die lassen bestimmt nicht die erste Elf gegen die Kickers auflaufen. Ich schaue es mir nachher mal an, wer gespielt hat, aber ich glaube nicht, dass das groß wenn dann ist es ja nur eine geile Trainingsanheit, oder? Ne, 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 also das wäre jetzt respektierlich gegenüber den Kickers, die immerhin Tabellenführer in der Region sind. aber es ist eine coole, also, ob du jetzt Mittwoch, ob du deine Woche so planst, dass du Mittwoch Training machst, oder vielleicht ist es sogar noch eine bessere Trainingsanheit darauf, ich glaube das schon, dass die sich voll im Flow sind, und da macht so ein intensives Spiel von ein paar Leuten vielleicht gar nicht so viel aus, im Unterschied zur Trainingseinheit fast, aber mal schauen, vielleicht geht es ja in die Verlängerung, oder ich weiß nicht, wie da die Regularien sind, ob es dann vielleicht auch ein Elfmeterschießen ist, und ich glaube eher, dass der Ausgang des Spiels interessant wird, also wenn sie gewinnen oder verlieren, je nachdem, vielleicht hat das ja einen Eindruck auf ihre Psyche oder so, weiß nicht, also mal schauen, was rauskommt, vielleicht tun uns die Kickers ja da was Gutes. Was ist dein Rezept, die Kickers zu schlagen? Ich hätte jetzt eigentlich tatsächlich, die Kickers, die Spatzen, mein Gott, Fischer. Ich hätte jetzt tatsächlich auch, nur um das kurz noch aufzugreifen, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie da die Regularien sind, aber kann mir schon vorstellen, angenommen, das würde über 120 Minuten gehen, dass dann die Beine vielleicht doch mal schwerer werden, und das vielleicht zumindest ein kleiner, kleiner Vorteil sein kann. Boah, wie die Spatzen schlagen, also ich glaube, so blöd das klingt, erstmal auch mit diesem, ich nenne es mal ganz eigenwilligen Donaustadion zurecht zu kommen, das glaube ich ist mal der erste Grund tatsächlich, und dann eigentlich, eigentlich ist es, klingt immer so einfach, wie im Hinspiel, also ich, da war der Jan absolut dominierend, und ich muss auch ehrlicherweise sagen, es soll jetzt auch nicht desrespektierlich klingen, aber da war Ulm grottenschlecht, gut, seitdem ist ein halbes Jahr gefühlt vergangen, ja, einfach so weitermachen, wie die letzten 20 Minuten gegen 1860. Bloß mit besseren Eckbällen von Ansbach, ich bin immer noch nachtragen. Robert muss immer irgendwie Feindbilder konstruieren, wo er sich dran aufhängen kann. Erstens, aber zweitens, und zu guten Eckbällen wie Krota, die Krota-Seite war dann gut, da kann er vielleicht an die Geipel wieder ablösen. Wir haben ein Tor nach Ecke geschossen, insofern... Ja, weil Krota die einzige Krota-Ecke in dem ganzen Spiel, vorher hat sie an die Geipel immer irgendwo hingerotzt, und auf der anderen Seite hat sie Ansbach irgendwo hingerotzt. Und dann hat Krota eine Ecke gedreht, und die war drin. Vielleicht sollte man ihn wieder drehten lassen. Wir haben es auch sehr oft in kurzen Varianten probiert, weil wir es auch vorhin angesprochen hatten, haben auch versucht, dann auch am 16er vielleicht den Weitschuss zu probieren, das hat gegen Ingolstadt gut funktioniert mit Bene Saller, das hat aber jetzt gegen 60 überhaupt nicht funktioniert, weil die das im Jahr gut verteidigt haben, sich darauf eingestellt haben, vielleicht auch oder so, und wir hatten auch Stockfolio. Nee, aber um auch jetzt nochmal auf das, was Lukas gesagt hat, hinzuzukommen, also das, wie man gegen Ulm gespielt hat in der Hinrunde, oder wie man jetzt gegen Münster gespielt hat in der Rückrunde, also genau das muss die Maßgabe sein, also absolut von der ersten Minute an konzentriert, gut eingestellt auf den Gegner, in das Spiel reingehen und dann, glaube ich, haben wir gute Chancen, weil die individuelle Klasse ist auf jeden Fall da von uns, wir müssen das halt nur irgendwie vom Matchplan her kriegen und den Gegner auch zeigen von der ersten Minute weg, dass wir das Spiel gewinnen wollen, ja, das war jetzt zum Beispiel gegen Mannheim ganz exemplarisch und selbst gegen St. Hausen, obwohl wir da 3-0 geführt haben, war das nicht so, dass wir da jetzt von der Körpersprache so waren, also wir gehen jetzt hier heute als Sieger raus, sondern diese Souveränität so ein bisschen, also das Selbstverständnis auch reingehen, volles Selbstbewusstsein nicht überheblich, das hatten wir damals gegen Ulm und das hatten wir jetzt auch gegen Münster und das bitte sollten wir konservieren und dann unsere Stärken ausspielen und wenn dann Ulm irgendwie besser sein sollte, ja, aber wir liefern auch eine gute Leistung, dann bin ich eigentlich auch gar nicht sauer fast als Fan, da bin ich enttäuscht wegen dem Ergebnis, aber da bin ich jetzt nicht sauer wie gegen Lübeck zum Beispiel, das war halt einfach bodenlos und mehr kann man vorher gar nicht sagen. Meine große Hoffnung ist, dass Ulm ins Nachdenken kommt, dass die sehen, scheiße, wir sind Tabellenführer, wir können unseren Vorsprung auf den Jahren auf 5 Punkte aufbauen und dann vielleicht, keine Ahnung, läuft es die erste Halbzeit nicht so gut oder wir schießen vielleicht sogar das 1-1 und dann kommt es und dann kommen die so ins Grübeln wie wir, wo du auf einmal gegen Mannheim zurückliegst, obwohl du 2-0 führen könntest und dann brechen alle Dämme und keiner kriegt bessere Leistung auf dem Platz, also das ist so meine große Hoffnung, dass wir, und da müssen wir, wie du schon sagst, unsere, wie ich es immer ausdrücke oder beziehungsweise, ich glaube es kam ursprünglich von Onki aus dem Jahren Underground, Scheißhausfliegen-Mentalität, das ist mein absoluter Lieblingsbegriff, diese Scheißhausfliegen-Mentalität wieder auf den Rasen bringen, die ärgern, die keinen Zentimeter Platz lassen, alles umgraben und sie zum Denken bringen, das, da lobe ich mir auch und Anni Geipel, der das eigentlich vorlebt, finde ich, diese Saison wieder mal, jetzt auch gegen 60, man kann das jetzt natürlich diskutieren, was da am Feld passiert ist, aber er und der Ziegele, die haben halt auch ein Zeichen gesetzt, ob das Zeichen in die richtige Richtung gegangen ist, weil ich weiß noch kurz, nachdem Ziegele den Dunkelgelb an der Seite nicht verräumt hat, den Quad, wo viele dann das Führungstor für 60, das hat miteinander jetzt nicht so viel zu tun, und es gab noch den Revanche von ihm, der Bein auf Haber getötet hat, aber genau und da merkt man schon, ich glaube, die Jungs sind schon da, die wissen schon, worum es geht und die wissen auch genau, was sie sich erlauben können, wir haben auch keine dummen gelben Karten gekriegt, finde ich, in dem Spiel, kann auch am Schiedsrichter liegen jetzt, die gelben Karten waren nicht dumm, weil die waren nämlich eigentlich rot, deswegen war es eine gute gelbe Karte, das müssten wir jetzt eigentlich ehrlich gesagt mal diskutieren mit einem Schiedsrichter, ich weiß gar nicht, ob das, nein, es war nicht rot, wenn es ins Gesicht gegangen wäre. Was ich nur damit sagen wollte, man zeigen, dass man da ist, aber nicht überdrehen, weil sonst geht es in die andere Richtung und ich glaube, Ulm ist natürlich auch ein Gegner, der sehr selbstbewusst sein wird, aber die sind beileibe nicht unschlagbar, ich bin gespannt auch auf die Kulisse, also das wird sicherlich irgendwo Richtung ausverkauft gehen, im Heimbereich sicherlich, im Auswärtsblock hoffe ich auch, dass möglichst viele Jahnfans, vielleicht sogar über 1000 mitfahren, ich weiß nicht, es ist Sonntagabend, aber ich kenne ehrlich gesagt schon viele, die jetzt voll Bock haben auf Ulm, weil es ist neuer Gegner, schon lange nicht mehr gesehenes Stadion, eigentlich vielleicht das Jahnfans, glaube ich sogar und es ist nicht weit und es ist nicht weit und es ist Sonntagabend, aber es ist noch hell, glaube ich, wenn angestoßen wird, insofern es ist jetzt nicht minus 3 Grad, ich hoffe schon auf einen guten Aussatzblock und ich glaube, dass das natürlich auch vielleicht reinspielt. Zeig mal denen mal, wer die Donau-Macht ist. Ich möchte keine Donau-Vergleiche hören. Dann Spatzenjagd. Auch nicht. Ich möchte auch nicht SSV gegen SSV oder so hören, das ist irgendwie auch dämlich. Aber ich will das gewinnende Spiel und schauen wir mal. Gut, dann eure Einschätzung, die Punkte aus den nächsten 3 Spielen. Das habe ich mir beim Hergehen schon überlegt, dass ich jetzt ganz was Schlechtes sage, weil ihr sagt bestimmt ja also irgendwas zwischen 4 und 6 Punkte, wenn wir die nächsten 3 Spiele betrachten. Und ich wollte jetzt irgendwas ganz Negatives sagen, auch wenn ich immer so ein positiver Typ bin. Du sagst 2 Punkte und dann sind wir immer noch auf Platz 2. Einen hätte ich gesagt. Mit 2 Punkten könntest du ja eigentlich immer noch auf Platz 2 sein dann am Ende. Locker. Mhm. Aber dann, weil dann, aber dann spielst du ja, also einen Punkt, ja. Reden wir jetzt von den nächsten 2 Spielen oder den nächsten 3 Spielen? Es sind immer 3 eigentlich. Das Schöne ist ja, Freiburg gewinnen wir jedenfalls mal nicht, das weiß ich jetzt schon. Das Schöne ist ja, Okay, ich lege mich auf 2 Punkte fest. Ja, aber das wäre ja trotzdem, also mit 2 Punkten aus Dresden und Ulm würde ich sagen, ja auch in Ordnung, weil dann sind sie genauso weit hinten wie immer. Also da kann einer höchstens noch 2 Punkte rankommen. Also Dresden. Das habe ich am Wochenende auch schon gesagt. Also eigentlich erstmal nicht verlieren, vor allem. Das ist das Wichtigste. Natürlich geht man jedes Spiel rein, um zu gewinnen, aber wenn man es nicht verlieren, die 2 Spitzenspiele in Anführungszeichen enorm wichtig. Jetzt der Lukas. Ja. Ich kann das alles teilen, was du sagst. Ich bin bei 3 Punkten tatsächlich. Ich weiß nicht, ob wir alle 3 Unentschieden spielen oder bei 1 gewinnen. Keine Ahnung. Ja. Ich sage 4 Punkte, Punkte erwarte aber 7. Mein Anspruch ist 7, ich befürchte 4. Also ich glaube, das wird auch vielleicht noch ganz kurz darauf eingehen. Es wird glaube ich ganz interessant, was schon nächsten Spieltag passiert, und zwar wie der Dresden abschneidet. Ich glaube schon, Wie wen spielen die? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Wenn du schon so ein Take bringst, musst du es natürlich auch wissen. Das ist absolut richtig. Ich weiß es nicht. Aber unabhängig davon, ich glaube, wenn Dresden verliert oder auch wenn sie Unentschieden spielen, glaube ich, auch wenn es natürlich rechnerisch noch nicht durch ist, dass das dann extrem, extrem schwierig wird. Ich glaube, Victoria Köln spielen sie und Münster, aber die darf man ja auch nicht vergessen. Also man darf auch Saarbrücken nicht vergessen. Saarbrücken, genau. Bla, 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 bla. Saarbrücken spielt gegen die Löwen und Münster spielt gegen Freiburg 2. Also es ist schon so ein Spieltag, wo du sagen musst, eigentlich musst du gegen Ulm was holen, weil sonst schaut es wieder gefährlich aus. Ja, vor allem ist dann halt um aufgestiegen halt. Dann bleibt dann nur ein Platz direkt übrig, weil es wäre mein Take, dass Ulm dann durch ist, wenn sie gegen uns gewinnen, dann steigen sie direkt auf. Das ist halt das Schöne noch, dass irgendwie jeder doch noch irgendwie gegen jeden spielt und jetzt auch erst vor kurzem jeder gegen jeden irgendwie gespielt hat. Also rein objektiv betrachtet ist das echt eine super spannende Endphase in der Liga. Ich weiß nur jetzt schon, dass wir nicht gegen Freiburg gewinnen, das weiß ich jetzt schon. Und ich will nicht, dass es beim letzten Spiel gegen Saarbrücken noch um irgendwas geht, weil sonst verreck ich. Da bin ich voll bei dir. Beides ist dann auch meine Befürchtung, obwohl ich hoffe natürlich, dass wir trotzdem gegen Freiburg 2 gewinnen, weil du es eigentlich musst. Aber ich habe auch absolut keinen Bock, dass es gegen Saarbrücken noch um was geht. Das heilt mein Herz nicht aus und ich sehe dann auch schon wieder, ich muss drauf rumreiten, die zwölf Minuten Nachspielzeit. Wenn wir 1-0 führen und dann verlieren wir 2-1 in diesen zwölf Minuten Nachspielzeit, so wie ich uns kenne. Und niemand wird es dann interessieren in Fußball-Deutschland. Alle würden sagen, boah, Saarbrücken hat das nochmal das Wunder geschafft nach dem Portal und so. Niemand wird sich für unsere Geschichte interessieren, so wie es gegen Heidenheim war. Der Jahre ist scheißegal. Deswegen will ich da eigentlich schon aufgestiegen sein und Saarbrücken kann sich, weiß ich nicht, am Oberschenkel klatschen oder sonst irgendwas. Das ist mir egal. Es bleibt spannend. Ja. Wir sehen uns aller spätestens in drei Spieltagen wieder zu einer großen Folge zum Endspurt. Und natürlich wird es die Aftermatch-Talks geben. Es gibt jetzt keinen Unterschützerdank, obwohl ich heute, ich habe mein Handy geschrottet beim Heimspiel gegen Halle und war jetzt saulange nackig und es ist ein unfassbarer Scheiß, diese ganzen TAN-Apps wieder irgendwie hinzubekommen, wenn das Haupt-Handy kaputt ist, weil du dich ja nirgends mal einlocken kannst. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe gesehen, es gab wieder einige Spenden, die üblichen Verdächtigen. Danke, 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 weil ohne euch wäre das Konto gerade leer, habe ich gesehen. Ich muss wieder Rechnungen stellen. Und wer noch Neuspender oder Neuspenderin werden will, ab 5 Euro gibt es 1889 FM Sticker. Ihr müsst einfach nur im Verwendungsbetreff eure Adresse eingeben, dann schicke ich euch ein kleines Sticker-Paket zu, dann könnt ihr die heimischen Kneipen mit 1889 FM Sticker vollkleben, aber natürlich vorher absprechen. Ich habe nämlich noch eine kleine Anekdote, ich war in Amberg zu Besuch und da, also ich komme ja da ursprünglich her und alle wissen natürlich, was ich mit dem Jahn-Umfeld zu tun habe und da war ich abends in der Kneipe, wo wohl die RSC Amberg-Ultras öfters mal sind und da waren dann Jahn-Sticker im Klo und die haben gedacht, ich war es, hätte ich beinahe die Prügel für die Leute eingesteckt, die da gestickert haben, obwohl ich sie wirklich nicht gestickert habe. So, lange Rede gar kein Sinn, danke für eure Unterstützung und danke, dass ihr zwei da wart, war mir wieder eine große Freude, schöne Ausgabe, wie ich finde. Tschö mit dir. Servus. 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 Die Laufzeit, die Laufzeit, die Laufzeit, die Laufzeit!